Warum guck ich mir bloß immer wieder die Fotos an? Ich mein, ich bin mit Rocco zusammen und ich find ihn auch echt toll. Da hat Ben einfach keinen Platz mehr. Hey. Hey. Na? Ne Überraschung? Ne was? Das ist ne Überraschung für mich? Ich hab gar nichts. Du hast da doch was. Quatsch. Okay. Was hast du da? Nichts. Sag doch mal her. Aber Rocco, ehrlich, bitte. Kannst du einfach kurz rausgehen? Bitte. Okay. Jetzt zeig mal, was du da hast. Geh doch einfach raus und lass uns. Was ist das? Haben wir Geheimnisse oder wie? Nein, haben wir nicht. Also, zeig jetzt her. Verdammte Scheiße. Das hat nichts zu bedeuten. Willst du mich verarschen? Alles, was ich will, sind noch viel mehr von solchen Fotos. Es ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Das hat mir Ben zum... Was ist die Scheiße hier? Das hat mir Ben zum Geburtstag geschenkt. Und was wolltest du jetzt damit machen? Das sind einfach nur Fotos. Ich wollte damit nichts machen. Ich wollte sie eigentlich gerade wegschmeißen. Jetzt gerade? Ja. Jetzt gerade. Aber ich wusste, dass du dich aufregst. Und das wieder komplett falsch interpretiert. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt zu ihm und habe ihm aufs Maul. Weil mit solchen Leuten muss man so reden. Ist so, Alter. Weckse, okay? Was ist das? Ich kann selber mit ihm reden. Das wird auch viel mehr bringen. Ich gehe einfach selber zu ihm. Und dann werde ich ihm erklären, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und dass er sowas einfach lassen soll. Er soll das lassen, okay? Ja. Weil sonst kriegt er richtig aufs Maul. Werde ich ihm lassen. Sag ihm das doch. Ja. Aber das ist auf jeden Fall besser, als wenn du da hingehst. Und schmeiß das scheiß Foto. Mann, scheiße. So geht es einfach nicht weiter. Ich will Rocco nicht anlügen. Und ich will auch nicht meine Beziehung gefährden oder so. Ich werde Ben jetzt einfach klar machen, dass das zwischen uns nichts mehr wird. Nur so kann ich ihn dann auch vergessen und mich einfach voll und ganz auf Rocco einlassen.